Und jetzt geht es hier um den Tagessieg in der Klasse Junior A-Pinkel 50, da haben wir dabei in blau Janik Konzak bisher 8 Punkte. Gelb Carlos Gellerich bisher 7 Punkte, Weiß Joel Schupp bisher 1 Punkt und Rot Aldi Jurisch bisher 3 Punkte. Los Gellerich wieder mit einem Superstar vor Janik Konzak, dann Joel Schupp und Aldi Jurisch. Aus Gellerich noch die Führung, aber Janik Konzak sitzt ihm fast auf dem Unterrad, also da ist noch nichts entschieden. Und Aufgang 3 und 4 gibt es ebenfalls ein schönes Duell. Und jetzt ist Janik in und jetzt wird spannend. Da gibt es den kleinen Haken und Janik vorbei bei Carlos Gellerich und Aufgang 3 und 4 Joel Schupp und Aldi Jurisch. Da ist auch die Entscheidung erst gefallen und 3 Punkte Janik Konzak, damit ist er Tagessieger. 3, 6, 9, 11 Punkte. 2 Punkte Carlos Gellerich. Da sind es dann insgesamt 9 Punkte.